Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kampf um den Kurs. Wir fahren heute, ich sollte dieses Intro mal wieder ändern, ja. Es ist irgendwie gerade ein bisschen, immer wieder Wiederholungen und so weiter und so fort, aber es passt. Und irgendwie habe ich auch nicht das Bedürfnis, es zu verändern. Heute fahren wir gegen 3x ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich D. Die Namen werden immer, ja, origineller. Seit wir gegen Black gefahren sind, merken wir das ja irgendwie in jedem Match. Äh, und heute dann, nein. Unser wirklicher Gegner heißt Burger, beziehungsweise, ich glaube, er nennt sich auch Burger Dancer. Ähm, ich weiß auf jeden Fall über ihn, dass er auch schon ein Zuschauer von meinem Kanal ist. Äh, noch, ich weiß nicht wie lange, aber auf jeden Fall schon etwas länger. Und er schreibt ganz gerne mal irgendwelche, ja, homoerotischen oder auch leicht pädophilen Kommentare. Aber gut, damit kann ich durchaus leben. Nein, das hat er sich irgendwie so, keine Ahnung, da hat er einen eigenen Humor draus gemacht, irgendwie. Seinen Kommentarstil immer so anzupassen. Ähm, und jetzt hat er mich einfach auf Goldmine gefordert. Und ich hab irgendwie immer noch ein bisschen Probleme beim Sprechen. Also, diese Erkältung hat doch länger angehalten, als ich gedacht hatte. Komische Sache. Weil das ist jetzt echt schon eine ganze Woche her, seitdem ich das, seitdem das angefangen hat bei mir. Und das ist eigentlich schon eine ganze Menge bei mir. Ja, und immerhin ist er jetzt runtergefallen. Da haben wir wenigstens mal das erste Rennen schon so gut wie gewonnen. Und ich hab immer noch was im Hals, das ist schlecht. Ja, wie gesagt, es ist, er hat sich das irgendwie zum Zeichen gemacht, dass er immer so ein bisschen, ja, eigene Kommentare schreibt, nenn ich's mal. Ich mein, viele von euch werden ihn vielleicht auch noch kennen von YouTube. Ähm, wie heißt er denn auf YouTube? Jetzt komm ich da drauf gerade nicht. Ich heiße ja da auch Burger Dancer oder so. Ich weiß es gerade echt nicht. Das ist echt dumm. Aber naja, man muss sich ja nicht von jedem, und da war's schon wieder. Ähm, man muss sich ja nicht von jedem User unbedingt alle Namen merken, das rechte, wenn man einen Namen hat. Und deshalb bin ich in meiner klaren Szenen, ja, in meiner klaren Szenenfunktion, in meinem klaren Leben, eigentlich immer mit diesem einen Namen ausgekommen, damit's halt keine Verwechslungsgefahr oder so gibt. Ich hasse Leute, die ihren Namen tauschen wie ihre Unterhose, weil dann weiß man nie, wer wer ist. Und da gibt's so ein paar Kandidaten, die, äh, machen das doch ganz gerne. Ähm, ja, der beliebteste, der mir da einfällt, ist Rico. Vielleicht kennen ihn einige von euch noch. Er war ganz, ja, super. Er war ganz, ganz früher mal in TNP und hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, wo er gerade ist. In WC vielleicht? In G37? Wie weiß ich? Keine Ahnung. Vielleicht sogar ein, ne, ein BU ist er, glaube ich, nicht. Jedenfalls hat der, glaube ich, über seine gesamte Clan-Geschichte mindestens 10 Namen angenommen. Und das ist ziemlich gruselig, finde ich. Übrigens möchte ich mich hiermit nochmal bei den meisten meiner Gegner bedanken, weil die Matches einfach bis jetzt sehr reibungslos abgelaufen sind und sich wirklich einfach noch niemand wirklich beschwert hatte. Entschuldigung. Beziehungsweise, oh, wir haben ja ihn runtergekickt anscheinend. Beziehungsweise auch niemand, ja, was wollte ich jetzt noch dazu erwähnen? Äh, es ließ sich einfach immer ganz gut klären, wenn irgendwas nicht ging und, ja, wenn man irgendwie restarten musste oder so. Das ist, ja, finde ich ganz gut, wie das momentan so läuft. Und, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt im Gegensatz zur ersten Staffel tatsächlich steht, dass die Leute fairer geworden sind oder so. Ich glaube es eher nicht, weil in der ersten Staffel habe ich davon eigentlich gar nicht so viel bemerkt. Ähm, ja, das Einzige, was mich in Non-Item 101 eben immer noch aufregt und das wird auch immer so bleiben, da kann mein Gegner noch so nett und freundlich sein, wie er will, sind eben Wolken, die auftauchen. Weil, ich finde es nach einer Wolke immer extrem schwierig, den Abstand von vorher wieder einzustellen, ohne dass jemand aus dieser Wolke eben Vorteil oder Nachteil zieht. Äh, das hatte ich, glaube ich, auch schon mehrere Male erwähnt. Und das ist eben was, das kann man regeltechnisch einfach nicht verbessern. Weil danach ist der Start eben nicht gleichgesetzt. Das müsste man in NKW irgendwie, äh, System, im System einbauen, aber, ja, soweit haben die Entwickler dann noch nicht gedacht. Wobei es trotzdem ziemlich cool wäre, wenn man für Mario Kart Wii noch sowas wie ein Item-Setup gehabt hätte. Dass man sich wirklich aussuchen darf, mit welcher Wahrscheinlichkeit und wie häufig welches Item kommen darf. Natürlich vorausgesetzt, dass man auch eine Standardeinstellung hat, die von Nintendo gesetzt ist und die eben genauso ist, wie es momentan ist. Ähm, wobei es dann auch sein könnte, dass manche Item-Zusammenstellungen sich in der Clanszene mehr etablieren würden als die Originaleinstellung. Würde ich nicht mal ausschließen, dass man zum Beispiel sagt, okay, kein Bock auf solche Schock-Matches, wir spielen mit einer halben Schock-Wahrscheinlichkeit oder mit einer Null-Schock-Wahrscheinlichkeit. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit, dass man wirklich den Schock komplett aus den Rennen nimmt, aber ich glaube, das wäre auch wenig lukrativ, weil der doch immer so ein bisschen Würze in Clan Wars reinbringt. Gut, im One-on-One ist das jetzt relativ uninteressant, Schocks rauszubannen, weil wenn da jemand einen Schock hat, dann weiß man, dass sein Gegner irgendwie nicht ganz so mit fairen Mitteln spielt. Jetzt, wo es mir gerade einfällt, ich wurde in dem letzten Video mal gebeten, so ein bisschen über die alte Clan-Szene was zu sagen. In der Zeit, wo ich eingestiegen bin, wie das da so vor sich gegangen ist und ich glaube, das bietet sich jetzt einfach mal an, weil wir eben schon 2-0 führen. Und ja, ich denke, Burger lässt sich relativ gut als Gegner behandeln, wenn man nicht so rumgucken würde, wie ich jetzt gerade. Die alte Clan-Szene, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin eingestiegen ungefähr ein Vierteljahr, nachdem die Clan-Szene existiert hat, glaube ich. Ja, also seit dem MKV-Release hat auch die Clan-Szene existiert, so ziemlich. Das heißt, ich habe die ganz anfänglichen Situationen nicht miterlebt, aber ich bin schon relativ früh eingestiegen. Und als ich eingestiegen war, ich bin eben über ein Browser-Game zu den Wee-Kings gekommen, weil ich da von irgendjemandem... Genau, ich hatte WK-Wee-King, es gab tatsächlich mal jemand in WK, der sich Wee-King genannt hat. Das hört sich ziemlich seltsam an, aber er war nicht Gründungsmitglied, das wollte ich damit nur sagen. Ähm, deshalb kann er ja das irgendwie auch wenig beeinflusst haben. Ist entweder ein derber Zufall oder er hat sich gedacht, ha, ich nenne mich doch mal so, wie der Clan heißt. Äh, er hat mich jedenfalls, beziehungsweise ich habe ihn in einem Browser-Game angeschrieben, nament... Was mache ich denn hier? Namentlich die Stämme. Ja, das war jetzt richtig blöd. Ich weiß nicht, ich ziehe gerade bei diesem Jump ein bisschen zu weit nach links. Und jetzt hat Burger hier natürlich Freikarten für den Sieg bekommen von mir. Sollte ich lassen. Ja, genau. Also ich bin dann über WK, hab ich ja eben mal angeschrieben in dem Browser-Game. Ja, du hast auch eine Wii. Und er hat dann irgendwie gefragt, äh, ja, hast du vielleicht Mario Kart Wii? Und ich hab zu der Zeit noch nicht mal gewusst, dass Mario Kart Wii draußen ist. Hab's mir dann einfach geholt und dann hab ich mit ihm mal eine Runde online gespielt. Und dann eben auch mit ihm und seinem Clan. Und dann hab ich die gefragt, ob ich vielleicht den Clan beitreten könnte, weil MKW ja so ein schönes Spiel ist. Zu der Zeit bin ich übrigens mit Buhu und Maxi-Kart gefahren. Das sollte man dazu sagen. Wobei die Zusammenstellung da auch relativ exotisch war noch. Also auch die ganzen Clan-Kollegen sind damals noch mit seltsamen Sachen gefahren, ja. Beispielsweise hatten wir nämlich nur einen Bike-Fahrer, also einen, der wirklich durchgängig Bike gefahren ist. Zu der Zeit, wo ich in WK reingekommen bin. Und das war Basti, also das Gründungsmitglied. Und Kevin ist auch der, wow, der heutzutage ja noch oder wieder Leader ist. Ähm, der ist damals, glaub ich, auch ab und zu mal mit Bike gefahren, aber nicht immer. Jetzt ist Burger runtergefallen. Gut, das sollte eigentlich auch wieder ein gewonnenes Rennen werden. Joa, also Bikes waren damals noch nicht so ganz etabliert. Wobei man sagen muss, dass in den größeren Clans oder in den stärkeren Clans durchaus schon relativ schnell festgestellt wurde, welche Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen man wählen sollte und welche nicht. In WK war das irgendwie nicht so und deshalb waren wir zu Anfangszeiten übelster Noob-Clan. Ja, ist echt so. Also die ersten CWs, an die ich mich erinnern kann. Ich bin nebenbei zu der Zeit immer noch mit Buhu und Maxi-Kart gefahren. Äh, ach ne, Dude, genau, Dude ist auch noch mit Bike gefahren, aber Dude war leider nie so der Skiller. Aber Dude war eine coole Sau, ja. Also, ja, keine Ahnung. Wie alt war Dude damals? Ende 30? 40? Ne, so um den Dreh, vielleicht Ende 30. Mit so jemandem MKW zu zocken, der noch ein Schwabe, glaub ich, ist er. Äh, das war schon richtig lustig, ja. Vor allem, wenn man mit Internet halt vorher noch nicht so viel am Hut hatte und dann einfach mit so willkürlich fremden Leuten skyped, die aber trotzdem so lustig sind. Ähm, ja. Und da sind wir dann eben gegen Clans gefahren, wie NFO, wie, ich erinnere mich noch, gegen, äh, NFX sind wir auch gefahren. NFX gibt's ja heutzutage gar nicht mehr, gibt's schon eine ganze Weile nicht mehr. Andere Clans, die es damals noch gab, so NGX sagt mir noch was. Oder G30 gab's natürlich auch schon damals. Äh, wen gab's denn? Wow, noch. So wirklich viele fallen mir dann auch nicht mehr ein. Also an Pro-Clans. Die anderen Clans konnte man... Es gab viele Clans, die man echt in die Tonne kloppen konnte, weil sie noch schlechter waren als wir. Kaum zu glauben, aber wahr. Und so hat sich das irgendwie dann weiterentwickelt. Ja. Ich kann ja gleich noch mal ein bisschen da fortsetzen, wo ich jetzt aufgehört hab. Bis gleich. Und eine schöne Runde Spiegel für den Item-GP. Ich wollte noch ein bisschen weitererzählen von eben, ja. Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen mal, äh, wir verlieren den CW. Irgendwas müssen wir doch falsch machen. Und dann hab ich mich ein bisschen umorientiert, was meine Fahrer-Fahrzeug-Wahl betraf. Erstmal so ein bisschen weniger durchdacht. Erstmal hab ich dann einfach Turbetto genommen, weil Turbetto ein bisschen schneller war als... Wow. Ja, als Maxi-Kart. Und, äh, war dann tatsächlich sogar ein bisschen geiler. Aber so wirklich hat das immer noch nicht viel gebracht. Und jetzt werfen wir mal... Bam, wunderbar. Hm. Ja, also Turbetto war dann die nächste Stufe, die ich erreicht hatte. Und dann hab ich... Irgendwann, als wir dann immer noch ziemlich abgekackt sind, hab ich mir doch mal überlegt, woran kann denn das liegen? Dann hab ich mir ein paar Weltrekorde angeguckt und gemerkt, oh, die fahren ja alle mit Bowser-Bike. Und unsere Gegner komischerweise fast auch. Beziehungsweise auch ein paar mit Mach-Bike, aber eben überwiegend mit Bowser-Bike. Und dann hab ich mir überlegt, hm, willst du nicht mal auch auf Bikes umsteigen? Und dann hab ich versucht, mich auf Bowser-Bike umzuorientieren. Was ziemlich, ziemlich lange gedauert hat, zumindest in meiner Erinnerung. Also zeitlich war es vielleicht echt nicht so lange, aber die Spielstunden, die ich damit verbracht hab, waren dann schon ein bisschen länger. Weil ich hab mich dann erst versucht, langsam dran zu gewöhnen. Erstmal mit einem Drift-Modus, der ähnlich den Karts war. Ich hab erst dann Schnuppe ausprobiert, kurz, um dann irgendwie mich auf Bowser-Bike umstellen zu können. Aber das war echt gar nicht so einfach. Das unterschätzt man aus heutiger Sicht ziemlich, weil, ja, ja, die Weltrekordlines waren damals eben noch nicht so ausgeprägt. Man konnte sich noch nicht so ganz an vielen Sachen orientieren. Viele SCs waren gar noch nicht so ausgeprägt. Moment, das war fast, das war, Moment, Mann, also wenn das mal nicht gut getimt war von Burger, dann weiß ich's auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hätte vielleicht den Minitou, oh, 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 naja, oh, hat er den Blue Shell gedodged, ich glaube, er hat den Blue Shell sogar gedodged, ne, hat er nicht. Ja, wäre ich dann noch weitergefahren, wäre da vielleicht sogar noch was drin gewesen, aber nein, ich muss natürlich wieder verkacken. Aber wir müssen noch ein Rennen gewinnen, sonst ist das Match wackelig, also bitte. Und als ich mich dann irgendwann mit Bowser-Bike ans TTen und so herangesetzt habe und auch in Offline-GPs und da ein bisschen erfahrener wurde, dann ging's auch irgendwie bergauf. Dann konnte ich in WWs ziemlich rocken und hab dann meine Clan-Kollegen, die waren dann voll erstaunt, boah, wie machst du das und so weiter und so fort und haben sich dann eben auch umorientiert. Manche schneller, manche langsamer, manche von uns sind bis zum Ende mit Kart gefahren. Ich erinnere dann nur an Wii-Master, aber das ist ein anderes Kapitel, was wirklich nur die Leute aus unserem Clan kennen können oder den, auch nur die Leute. Das war jetzt schlecht. Hm, am besten ohne SC, weil er da lang fährt, genau. Oh, ein Maxi, das ist super, wenn ich das jetzt noch umsetzen könnte. Ja, ich setze einfach mal einen, ich kriege den schon. Windschatten? Komm, gib mir Windschatten. Bam, oder so. Ja, ich hatte halt Schiss, dass er noch ein Item von zwei hat und wenn er sich das behält auf zwei oder so drei rote oder so hat und mir die dann direkt nach dem Maxi hinten reinknallt, das wäre halt super optimal gewesen, aber es war nur ein Greenshell, der hätte ich auch durchfahren können. Ja, und wie gesagt, dann haben sich ein paar von uns eben auch umorientiert und dann wurden wir auch schlagartig besser, also wirklich schlagartig. Wir hatten dann auch Möglichkeiten, mit den stärkeren Clans mitzuhalten, zwar nicht jeden CW zu gewinnen, aber das ging dann so weit, dass viele Clans uns als Cheater beschuldigt haben, die Wikings, die vorher die größten Noobs waren und dann irgendwie alle weg rocken. Äh, gut, wir waren, wir haben nicht wirklich alle weggerockt, aber wir haben halt schon ein bisschen mehr Chancen gehabt, sagen wir es so. Und ja, irgendwann kam dann eben auch noch Wambo dazu und Wambo war sowieso der übelste Skiller, nicht nur, dass er eben von Anfang an schon mit Machbike gefahren ist, also seit er in WK drinne war, äh, sondern er hat auch einfach den Skill für Mario Kart und die Item, den Item-Einsatz gehabt und ja, die CWs, die ich dann mit Wambo gefahren bin, die waren richtig cool, weil Wambo und ich einfach immer weggerockt sind. Und damals war es eben echt so, man konnte auf Lackstrecken wie Marios Piste oder so auf 1 Frontrun, wenn man gut gefahren ist, ohne, selbst wenn Blushar gekommen ist, hatte man immer noch Abstand. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wer heute noch einen Frontrun auf Marios Piste ohne irgendwie einen Goldpilz vorher gehabt zu haben oder so versucht, der wird ausgelacht. Das ist echt so, also das kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen. Das hört sich jetzt an, als würde ich, äh, als Älterer über die NS-Zeit reden, aber ne, ganz ehrlich, das ist echt schwierig. Und außerdem war zu Anfang der Clan-Szene, übrigens wir haben das Match gewonnen, zu Anfang der Clan-Szene war, äh, die internationale Ebene noch gar nicht ausgeprägt. Also sowas wie WCL oder IL, was man heute so hat, wo man sich, ey, wirklich international organisiert gegeneinander oder miteinander betteln kann, das ist, ja, das war jetzt nicht so sinnvoll. Kann sein, dass er noch ein Item von 2 hat, ich weiß es nicht. Oder hat er einen Pilz gehabt und den eingesetzt? Ich hab keine Ahnung. Also international war da echt nicht so viel los, man hat sich weitestgehend nur in der deutschen Clan-Szene orientiert und da hatte man eben, ja, trotzdem ziemlich viele Gegner, weil es eben, wie gesagt, ziemlich viele Clans gab, die nicht lange bestanden haben und die auch, ja, ja, die, keine Ahnung, auch nicht wirklich gut waren, aber die gab's halt und gegen die ist man dann auch ab und zu mal gefahren, manchmal dann mehr interessant, manchmal weniger und früher war es auch wirklich gang und gäbe, dass man sich bei einem Clan-War in einem Chat getroffen hat, also in Webkicks-Chat, die ihr ja vielleicht noch von meinem Stream kennt oder, ja, die Art von Webkicks-Chats eben und sich darüber eben komplett ausgetauscht hat mit dem Gegner, also nicht nur einer oder der Leader von dem einen Clan redet mit dem Leader von dem anderen Clan oder nur einer macht das organisatorisch aus, sondern man hat wirklich während dem Match immer geschrieben, ähm, ist dann irgendwann abgesackt, weil es eben zu viele Flamerei gab und eigentlich jeder CW von Seiten des Verlierers irgendwie angefochten wurde, kann man sich ja irgendwo auch vorstellen, das ist, ja, und Skypen war damals auch noch nicht, noch nicht so weit ausgeprägt, also viele Clan-Boss sind tatsächlich noch ohne Skype gefahren worden, ähm, ja, da hatte man schon Glück, also wir, die Weekings waren da schon in Skype aktiver als andere Clans, wir waren fast schon von Anfang an komplett in Skype, war natürlich ganz am Anfang, wie gesagt, grottenschlecht, weil wir einfach die falschen Fahrer-Fahrzeug-Kombinationen hatten, aber wir waren da schon relativ früh dabei, ich glaub G37 auch, aber sonst die anderen Clans sind teilweise komplett ohne Skype gefahren, das ist heutzutage auch schwierig zu denken oder denkbar, weil, naja, eigentlich das ist das A und O, wenn man irgendwie Schock-Kombos ziehen will. Und dann wurde ich auch noch gefragt, äh, welche Clans denn in meiner Zeit so die übersten waren, ja, also, zum Anfang in Deutschland natürlich eigentlich G37, NFO und zu ganz anfänglichen Zeiten würde ich auch noch NFX dazu zählen, das waren so ziemlich die größten Skiller-Clans in Deutschland, hinzu kamen dann auf internationaler Ebene, das ist dann aber schon ein Jahr später fast, äh, wo dann auch die WCL gestartet wurde irgendwann, da kamen dann so Clans dazu wie Infected with Skill, die ist ja heute, joa, ich fahr heute wieder wie ein junger Gott, ich seh's schon, aber Burger hat auch gefailt, na super, yay, drei rote auf eins, yay, ja, das ist ein spaßiges Match. Hm, ja, Infected with Skill gibt's heute noch, die waren früher auch schon ziemliche Skiller, wobei die zwischendurch, glaub ich mal eine ganze Zeit lang nicht, entweder nicht so gut waren oder von der Bildfläche verschwunden sind, ich weiß nicht so genau, also zwischendurch hat man mal eine ganze Weile nichts von ihnen gehört. Ähm, andere, andere sehr gute Clans waren zum Beispiel Evil, oder Evil, oder wie auch immer, E-V-U-L, wie auch immer man das aussprechen will, ich hab's bis heute nie begriffen, das waren eigentlich so, das war der TTA-Clan, also in Evil waren so die ziemlich skilligsten Leute, was TT betrifft, teilweise auch was WB betrifft, aber ich kann mir nie vorstellen, also ich glaub als Clan selbst waren die gar nicht so erfolgreich, die waren zwar in Division 1 und haben auch glaub ich mal die WCL gewonnen, aber was Teamplay betraf, waren die nie so die größten Skiller, da gab's immer bessere. Ähm, aber damals, hab ich ja schon erwähnt, war es gar nicht so essentiell, dass man skypt überhaupt während CWs und dass man Schock-Kombos zieht oder so. Wenn man einfach sehr gut fahren konnte, konnte man die Gegner auch so abhängen und das war einfach der große Vorteil, den sie da hatten, weil die Gegner auch organisatorisch eben nicht so weit waren, wie wir das heute sind. Heutzutage kriegt's ja jeder Clan irgendwie gebackene Schock-Kombo mit Runterschocken zu ziehen oder Schock-Scar zu predikten oder sowas, sowas gab's früher einfach nicht. Also, allein schon die Tatsache, dass man versucht herauszusehen, wann der Gegner einen Blitz zündet, das war, ich mein, der Gegner hat einen Blitz bekommen und zack, hat er geschossen. Das ist sehr seltsam, ja. Kann man sich heute echt nicht mehr so wirklich vorstellen. Ja, wo war ich? Evil, IS, Koopa-Clan war sehr gut, ja. Und noch irgendein anderes KC, wo ich den Namen aber schon wieder vergessen hatte. Das war, glaube ich, ein französischer Clan, der war auch ziemlich gut. So, das war's jetzt mit dem Match. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen bezüglich der Clan-Szene habt oder so, könnt ihr mir die gerne stellen. Ich werde das dann versuchen, im nächsten Video aufzugreifen. Oder, naja, wahrscheinlich nicht im nächsten Video, weil ich das alles schon ein bisschen im Voraus aufnehme, deswegen, naja, dann, wenn ich's sehe. Und, ja, danke an Burgers fürs Match. Knapper Sieg, aber, naja, gut, was heißt knapp, äh, kann man schon so hinnehmen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich, haha, vielleicht ein bisschen weniger Gesprächsstoff in ein Video packe. Macht's gut, bis dahin, ciao. So, Vielen Dank.